Willkommen zurück, ich bin's Kira. Ich bin's ey, also wir sind gerade im Turnier. Ihr wisst's. Oh, ich bin müde. Ich bin müde. Noch immer. Hä? Noch immer. Oh, wie viele Pokémon jetzt? Vier Stück. Oh, das kann dauern. Ich glaub, du kannst das bis zum Ende schaffen, das Video. Meinst du? Ja, ich glaub schon. Wenn nicht, dann mach ich das Offscreen. Ja, mach ich das Offscreen. Das ist ja nicht so wichtig jetzt. Wahrscheinlich hatten wir uns jetzt Kusilla oder so. Gucken, das Stück jetzt eh. Boah, ich mach einfach die Kugel, das reicht auch, oder? Nein, ist doch stärker als stärker. Das setzt sich jetzt gleich mal Donner ein, oder so. Pulverschnee. Schnee? Loll. Uh, das war jetzt gut, ey. Pass auf. Warte ruckzucki, oder nein? Donner Schock. So, fertig. Kusilla ist schon mal weg. Ja, mal gucken, was er jetzt ruft. Gucken, wenn er es leicht ruft, dann... Mal gucken. Teddy Ursa. Ja, ganz ein anderer. Ja, ganz ein anderer. War ein Kampfpokémon. Wir haben ein normal Pokémon, oder nicht? Mh. 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 Bitterkuss. Bitterkuss. Boah. Kann man nur auf späteren Dings fangen, so Endivi und so? Mh. Schade. Loll. Sauber. Okay. So. Puch mal weg. Jo, jetzt noch die Teddy Ursa. Naja, 4 Kämpfe gibt's mal 4 Kämpfe, oder? 4. Ja. Ich weiß, ob das schaffen wird. Teddy Ursa. Ich verzweifle es auch, dass ich das schaffe, Mann. Vielleicht hast du 2-3 Kämpfe, aber nicht alles. Ja, machst du einfach off-screen. Genau. Jeder weiß ja, dass ich immer mal 4 geschafft habe. Vielleicht wechsel mal die Pokémon. Dann kannst du nicht wechseln, oder? Naja, dann muss ich zurückrufen. Egal, mach ich das mit dem Pokémon halt, glaube ich. Ja, okay. Ja, okay. Mach's dann so. Mein 10. Yeah. Äh, eben noch kann Leute sagen, ey, mein Gott, yo. Uuuhh. Egal. Du, der laber kann sein. Der redet, glaube ich, bestimmt. Vielleicht kann auch sein, dass danach hier ein weniger Pokémon raus. Kann auch sein. Hä? Dass der zum Beispiel nur 2 oder 3er kann aufkommen. Ein Pokémon, der reden kann, wie Mautzy. Ja, dann geht doch. Matrose Mark. Wasserpokémon, hab ich mehr. Wie ist es besser so? Ja, Mann. Donnershot, alles weg. Buh. Oder halt Wasserattacke, äh, den ganzen Atacke auch. Pflanzenattacke. Ja. Ja, manchmal Donnerblitz bei denen. Mein Divio machst du Geheim Power lieber. Ja. Guck, der hat noch 3 Pokémon als 5 wieder. Bumm. Ja. Schau, der Igel laber noch. So einer hat der da. Ich denke, der hat noch Igel... Ich... Feuerriegel. Ich glaube, der hat noch Feuerriegel. Ja. Ja. Wie ich sagte, boah, der geile Pokémon, ey. Und die würd ich auch alle 3 haben. Uuuhh. Nicht so stark jetzt. Ach, der Leben in jede Runde. Zwinglos. Loll. Hm. Ein bisschen Sinn, das aber egal. Ja, egal. Ja, egal. Okay, setz. So, auf jeden Fall noch aufwenden. Boah, boah. Scheiße. Bist du da so, ey. Okay, gut. Kriegt man die Obstwerfer und so? Setzkammer. Ja, aber die kannst du nicht so einsetzen wie auf den Editionen. Musst du die finden oder gibt, oder gibt dir jemanden die? Ich meine finden, aber die kriegst du doch nicht alle hier. Da brauchst du auch nicht. Oh mein Gott. Wie schlecht. Also fliegen Worsche meine ich die, glaube ich. So. Ruckzuck keep. Aber hier finde ich sie ruckzuck keep. Bei Korszen sieht es voll geil aus. Dann wird der Pokémon Doppelwinner so ganz. Wie bei denen ist Bessie Rouge, genau. Die laufen so kurz, finde ich. Ja. Sauber, aber diese Stärke, ey. Jetzt kann ich noch nicht. Verbiere. Verbiere. Uhhh. Uhhh. Das ist voll sinnlos was die gemacht hat. Okay, jetzt sind die beide tot. Ja. Und wir waren. Endlich. Jetzt weiß sie kommen. Jetzt kannst du noch nicht drücken. Ich glaube sie kosten drücken auch noch. Na, das war's eigentlich auch. Ja. Egal. Dann machen wir die vierten Uncut. Okay. Okay. So. Ui, Riegel. Ja, voll Riegel ist voll. Okay, gewonnen. Wo hat der die eigentlich? Kriegt doch nur von den drei Einzelstart Pokémon. Pff, der hat ja bestimmt alle geklaut. Das ist der Reingang. Hat den Professor da umgehauen und hat geklaut. Halbfinale. Ist das nicht Kai? Nein, Ralf. Das ist auch die Kai-Darung. Ja. Ja. Raserweil. Ui, yeah. Oh mein Gott. Uuu. Ich hab kein Wasser. Wozu Wasser? Mach bis. Hallo, woviel Wasser? Ich mein, Fifiti. Was? Fifiti ist nur, ähm, unli oder so. Unli, hast du? Ach, ähm. Gucken. Ne, Mike. Ba, der hat schon wieder mehr Pokémon. Ich glaub, der vierten Charry auch noch niemals geahnt. Den dritten. Du machst eben 8 Minuten. Da bist du. Okay. Ich hab auch vorher gespüßt und gesagt, nein, geht nicht. Ja, das hab ich nie gesagt. Okay, jetzt komm. Ja, schaffst du. Noi. Der letzte Entwicklungsgeist. Letzter Entwicklungsgeist. Ja. Du brauchst auch. Ja, du brauchst Dings. Düster Umhang. Kannst du neu entwickeln. Den kannst du so da entwickeln. Ja, die dritte meintest du. Der hat ja nur zwei Entwicklungen. Ja, nein. Letzter Entwicklungsgeist. Du brauchst dafür. Der ist so geil Pokémon. Du brauchst Düster Um. Hab ich ja. Und ich muss tauschen nur noch. Da muss nur jemanden finden hier. Der Philipp. Sauber. Tot. Das ist als größeres Ehrlich. Solle 20 hier. Sauber. Der hat Pokémon tauscht da. Das ist doch eigentlich Kerzen jetzt. Schwalbini, lol. Voll. Donnerstag getötet. Ja. So, weil... Der arbeitet echt mit uns, der Gegner. Okay. Den schaffst du auch noch. Ja. Wir haben jetzt 7 Minuten 30. Schaffst du locker. Oh. Wieso bin ich eingeschackt? Schwalbini, hä? Ah, ich hab der Ding was eingesetzt. Ja. Das ist voll geil sowas, ey. Du musst auch Gameboy geben, ey. Ja. Voll praktisch. So. Sauber. Ende. Das letzte Video machen wir eben an Karten. Oder soll man noch ein Video machen? 3. Du, einfach ein Video machen, du. Spießst zu nerven. Warum nicht? Nein. Weil nach dem Tournee wird es ja irgendwo hingehen. Ja, es ist nur noch 2 Minuten Video. Ach egal, nein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal.